Sarah Wagenknecht lässt die Bombe platzen und bezeichnet den AfD-Verbotsantrag der Altparteien als den dümmsten Antrag des Jahres. Und das meiner Meinung nach auch völlig zu Recht. Ich habe es hier schwarz auf weiß auf X. Der AfD-Verbotsantrag ist wirklich der dümmste Antrag des Jahres und ein Wahlkampfgeschenk par excellence an die AfD aus der Mitte des Bundestages. Das BSW lehnt entschieden alle Verbotsinitiativen ab und plädiert für eine sachliche Auseinandersetzung. Das ist natürlich ein Kopfschuss für die Altparteien. Das Vertrauen in die Demokratie wird immer weiter untergraben. Ganz klar durch solche Aktionen, indem man jetzt eine demokratische Kraft, eine alternative demokratische Kraft, welche über 13 Millionen Menschen wählen, eben verbieten möchte. Und da hat Sarah Wagenknecht mal wieder recht, ein guter Vorstoß des BSW, in dem es ja die letzten Wochen auch enttäuscht hat, indem sie sich der Altparteien eben anbieten und eine Brandmau gegenüber der AfD pflegen. Und jetzt lesen wir uns noch den Bericht hier durch. Hier nochmal Sarah Wagenknecht zu AfD-Verbotsantrag. Dümmster Antrag des Jahres. Seit vielen Monaten wird über einen möglichen AfD-Verbotsantrag diskutiert. Mitglieder einiger Fraktionen wollen dies nun auf den Weg bringen. Sarah Wagenknecht hält das für ein Wahlkampfgeschenk. Ja, und da merkt man auch, dass Sarah Wagenknecht nicht dumm ist und versteht, dass es ein Wahlkampfgeschenk ist. Ja, die Gesellschaft wird immer weiter gespalten und das schürt nur weiter den Hass auf die Altparteien mit solchen Aktionen. Und wie ich es vorhin erwähnt habe, das Vertrauen in die Demokratie wird so immer weiter, immer mehr untergraben und die AfD wird immer stärker. Und das auch völlig zu Recht, ja, durch solche Aktionen. Die Vorsitzende des BSW, Sarah Wagenknecht, kritisiert einen geplanten Antrag im Bundestag zu einem Verbot der AfD scharf. Das sei der dümmste Antrag des Jahres, sagte sie dem Nachrichtenportal T-Online. Am Wochenende war bekannt geworden, dass mehrere Abgeordnete verschiedener Fraktionen einen solchen Antrag in den Bundestag einbringen wollen. Ja, unter anderem CDU und SPD-Abgeordnete, ja, also dieser ganze Einheitsblock ist dort mitverwickelt. Die möchten natürlich die gefährliche oppositionelle Kraft unterbinden, ja, dass diese eben an die Macht kommen, deshalb wollen sie diese eben auch verbieten. Ganz klar, es geht um den Machterhalt. Wagenknecht kritisiert, dass die Ampelparteien und auch die CDU die Interessen der Wähler nicht ernst nehmen und sie mit dem AfD-Verbotsantrag den unliebsamen Konkurrenten jetzt mit der Verbotskeule erledigen wollten. Ja, und da hat sie das auch ganz richtig analysiert. Die AfD wird immer gefährlicher, da sie ja immer stärker wird. Man hat es in Sachsen und Thüringen gesehen und auch in Brandenburg. Die AfD wird stärker und in naher Zukunft wird es unvermeidbar sein, mit der AfD zusammen zu koalieren, wenn man sie eben nicht davor verbietet. Ja, das ist ja auch das ganze Ziel dahinter. Die Altparteien wollen an der Macht bleiben, sie wollen ihre Bründe behalten und die AfD ist dafür natürlich eine sehr große Gefahr. Wahlkampf geschenkt par excellence. Das sei ein Wahlkampf geschenkt par excellence an die AfD aus der Mitte des Bundestages, sagte Wagenknecht. Das BSW lehne dieses Vorgehen ab. Ja, und ich finde das absolut großartig, dass das BSW sich mal hier wieder gut positioniert. Ja, das BSW hat ein bisschen enttäuscht die letzten Wochen, ja, mit der Brandmauer und so weiter. Man hat gedacht, ja, das BSW wird zur neuen Altpartei, aber wie gesagt, mit so einer Aktion, jetzt auch von Sarah Wagenknecht, das bedeutet auf jeden Fall, dass das BSW noch nicht komplett verloren ist. Ja, aber wenn man sicher sein will, dass man eine oppositionelle Kraft bekommt, dann ist man bei der AfD definitiv auf der sicheren Seite. Abgeordnete der SPD, CDU, CSU, Grünen und Linken haben gemeinsam einen Gruppenantrag formuliert, wie die Welt am Sonntag zunächst berichtete. Die Initiatoren beantragen darin, zum einen beim Bundesverfassungsgericht die Alternative für Deutschland für verfassungswidrig zu erklären. Zum anderen geht es in dem Antrag auch darum, das Vermögen der AfD einzuziehen und sie zukünftig von der Parteienfinanzierung auszuschließen. Also wirklich unfassbar, was für ein antidemokratisches Verhalten der super Vorzeigedemokraten hier. Man sieht es, SPD, CDU, Grüne und Linke, das ist dieser Block, ja, und die CDU, CSU als ehemals konservative Kraft, dass sie sich so jetzt mittlerweile präsentiert, das ist wirklich eine Schande und zeigt, dass die CDU ihre Werte komplett verkauft hat. Es ist schade, aber es ist so, man muss das jetzt eingestehen, ja, auch an jeden alteingesessenen CDU, CSU-Wähler, ihr bekommt links-grüne Politik, wenn ihr diese Partei wählt. Hinter dem Vorhaben stehen bisher einzelne Parlamentarier, nicht die gesamten Fraktionen. Um einen fraktionsübergreifenden Antrag im Bundestag einzubringen, sind die Unterstriften von 37 Abgeordneten erforderlich. Nach Informationen der Welt wird der Antrag jedoch von deutlich mehr Abgeordneten unterstützt, mit mindestens 10 Befürwortern aus jeder Fraktion. Für eine Annahme des Antrags im Bundestag wäre letztlich eine einfache Mehrheit nötig, also mehr Ja als Nein stimmen. Der Antrag soll Anfang nächster Woche in den Fraktionen besprochen werden. Dabei soll auch geprüft werden, ob ihn ganze Fraktionen unterstützen. Das BSW fordert eine sachliche Auseinandersetzung mit der AfD. So wirbt es im Bundestag zum Beispiel um die Zustimmung aller Fraktionen, auch die der AfD, zur Einsetzung eines C-Untersuchungsausschusses. Und das ist großartig, ja, dass ich das BSW auch hierzu eben einsetze. Was mich aber wundert, dass sie beim WHO-Pandemie-Vertrag zugestimmt haben. Ja, da war die AfD die einzige Partei, die dagegen gestimmt hat. Deswegen finde ich das ein bisschen unglaubwürdig, aber trotzdem im Großen und Ganzen finde ich das gut und auch eben eine sachliche Auseinandersetzung. Darum geht es, man muss das Parteiprogramm auseinandernehmen und sich damit auseinandersetzen. Es wird Zeit, dass endlich sachlich mit der AfD umgegangen wird und nicht mehr dieser ideologische Schwachsinn einfach weitergeführt wird. Und jetzt zeige ich euch nochmal eine ganz interessante Statistik von Statista, sollte gegen die AfD ein Parteiverbotsverfahren eingeleitet werden nach Parteipräferenz. Und da kann man die Undemokraten eben erkennen, die Antidemokraten hier mit den Grünen auf Platz 1 mit 71% der Menschen, die sagen, dass die AfD verboten werden soll. Und nur 19% die sagen, dass die AfD nicht verboten werden soll. Ja, bei der SPD sind es 64% und 26%, die dagegen stimmen, dann kommen die Linken mit 63% und dann kommt schon die CDU, CSU, wo auch über die Hälfte sagen, dass die AfD verboten werden soll. Und das ist doch unfassbar, ja, CDU, CSU, eine ehemals konservative Kraft, die eine konservativ-rechte Kraft einfach so ausschließen möchte. Ja, Friedrich Merz sagt das ja auch immer, man darf es nicht den Antidemokraten überlassen von rechts und so weiter. Also die Demokratie, das ist wirklich der absolute Wahnsinn, wie hier agiert wird und das zeigt einfach das wahre Gesicht der CDU, CSU. Ja, und dann bei der FDP mit 46%, ja, die eben sagen, die AfD soll verboten werden. Und insgesamt ist es ausgeglichen, 42% sagen, die AfD soll verboten werden und 42% sagen, die AfD soll nicht verboten werden. Ja, bei der AfD selber natürlich sagen da 95% komischerweise, dass die AfD nicht verboten werden soll und 3% sagen, die AfD soll verboten werden. Das ist natürlich unlogisch, normal müsste es hier 100% sein, ja. Und da lesen wir uns jetzt auch den Text hierzu durch. Die AfD befindet sich seit dem Sommer 2023 im Umfragehoch. Dadurch erhält die Debatte um die politische Rolle der rechtspopulistischen Partei neue Relevanz, ja. Da kann man auch bei den ganzen Einheitsparteien linkspopulistische Parteien schreiben. Also ich finde das immer unnötig, dass man bei einer rechten Partei rechtspopulistisch schreibt. Ja, vor allem waren die noch gar nicht an der Macht, deswegen kann man gar nicht sagen, ob es Populismus ist oder ob es echt ist. Ja, und bei den ganzen anderen Parteien, bei der CDU und so weiter kann man ja ganz klar sagen, das ist Populismus. Ja, wir schalten die AKWs ab und alles wird gut. Ja, das hat auch nicht funktioniert und das ist dann linker Populismus, meiner Ansicht nach. In drei Bundesländern gilt der jeweilige AfD-Landesverband als gesichert rechtsextrem. Aus diesem Grund wird die Debatte um ein mögliches Parteiverbotsverfahren gegen die AfD diskutiert. Die Hürden für ein Parteiverbot durch das Bundesverfassungsgericht sind in der Bundesrepublik jedoch hoch. Daher sind die Meinungen zur Einleitung eines Parteiverbotsverfahrens gegen die AfD gespalten. Im Rahmen einer Umfrage aus dem Januar 2024 plädierten rund 42% der Befragten für eine Einleitung eines Parteiverbotsverfahrens gegen die AfD. Und somit werden 13 Millionen Wähler ignoriert und die Stimme würde genommen werden. Das ist unfassbar. Ebenfalls 42% waren jedoch gegen ein Parteiverbotsverfahren, gegen die rechte Partei. Unter der befragten Parteianhängerschaft der Grünen war der Anteil der Personen, die für eine Einleitung eines Verbotsverfahrens plädierten, mit einem Anteil von 71% am größten. Ja, die immer so oft das Wort Demokratie in den Mund nehmen. Ja, die Grünen sagen immer, ja die Demokratie erhalten, die Demokratie schützen. Aber das sind die, die die Demokratie eben abschaffen wollen. Mit Verboten, ja mit Reiseverboten. Das sind ja alles Ankündigungen, was Ricarda Lang auch schon mal vor ein paar Jahren in einer Talkshow gesagt hat. Ja, sie ist jetzt nicht mehr Mitglied bei den Grünen. Aber das sind alles Dinge, die die Grünen ja schon prophezeit haben und die kommen werden, wenn diese Grünen weiter an der Macht bleiben. Aber jetzt schreibt mir mal in die Kommentare, was sagt ihr dazu, was sagt ihr zu den Aussagen von Sarah Wagenknecht. Findet ihr, dass sie recht hat oder seht ihr das anders? Schreibt es mir in die Kommentare und wenn ihr keine wichtigen Botschaften mehr verpassen wollt, dann abonniert doch gerne den Kanal Nachrichten Aktuell. Ich bedanke mich bei euch.